Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Agaio. Weiter geht's. Und wir wurden nach ersten Sekunden gleich gefressen. Naja, ich hoffe mal, wir können das Ganze etwas länger durchziehen. Vielleicht ja so lange, bis wir auf Platz 1 einmal sind. Intims. Ah, okay. Ne, warum natürlich richtig Pech, dass wir blau sind. Grün hat über 50%. Drei Viertel sogar. So. Ach, wir sind immer noch blau. Super. Hm, wir wählen immer mehr. Ich glaube, jetzt kann man sich gegenseitig nicht mehr von der gleichen Farbe auffressen. Und ich glaube, jetzt sind schon recht viele. Nein, man kann sich jetzt nicht mehr auffressen zum Glück. Naja, vielleicht wird das jetzt ein bisschen interessanter. Oder beim anderen, naja. Oder beim anderen, naja. Wir spielen halt jetzt mal eine Folge so. So. So schlecht läuft das jetzt eigentlich für uns gar nicht. Wir sind eigentlich schon groß. So. Unser Herz. Die Sessi. Die Sessi. Die Sessi. Die Sessi. Die Sessi. Die Sessi. Okay, sehen das weiß ich an der Name. Gut. Naja. Ich bezweifel jetzt, dass man blau gewinnen kann. Schön die Barbung anbringen. ich mach mir das halt mal so das war jetzt keine so gute Idee das war eine ganz blöde Idee naja naja nochmal jetzt gerade die Verliere ein neuer Besuch aber grün schafft's nicht Komplett wenn er muss mal so als sie immer was wieder raus geminnt Muttschädter war schon schlecht erlaubt auch haben wir auch noch andere vor allem ja ja sehr toll ich bin mal stark gespannt ob wir das jetzt überhaupt noch schaffen ja naja ob wir mal noch mal was anderes eine party und experimentell obama was jetzt hier ist hier nix alles im prinzip das gleiche ok dann nochmal im teams oder so das ganze nochmal nein ich bin schon wieder blau wir haben überhaupt keine chance mehr jetzt holen wir mal die riesigen grünen an naja ab nächster folge wird es wahrscheinlich wieder normalen geben ja 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 wir machen jetzt bei der FFR ja 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 Ja. Naja, sehr interessant ist es jetzt auch nicht so zu schauen. Naja, weil wir schaffen ja eh nicht so besonders was. Jetzt wahrscheinlich so, da ich jeden Moment wieder aufgefressen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und der ist nicht mehr in Top 10. Naja, noch einen Versuch. Oh mein Gott. 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 Das sie ich nochmal spawn. Das war's. 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 Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für diesen Part und bis zum nächsten Part. Tschüss. Das war's. Das war's.